War doch nett, dass wir mal zusammen Einkäufe gemacht haben. Zu nett. Hast du den gesehen? Der kam von rechts. Nein, ich sehe nichts. Ich kann gar nichts sehen. Ich mache nämlich beim Fahren die Augen zu, weil mich der Verkehr nervös macht. Fahr doch ein bisschen langsamer und bleib in der Spur. Ich fahre genau 50. Siehst du, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Nein, nein, nein. Was ist denn? Du fährst. Dann kommen wir heil nach Hause, harmonisch und ohne Nervenkrise. Mein Name ist Lose. Meine Frau und ich tauschen nur die Plätze. Es gab da Unstimmigkeiten wegen der Fahrweise. Ich hielt es für besser, dass jetzt mein Mann fährt. Sie hätten an meiner Stelle auch nicht anders entschieden.